Hallo, da ist wieder die Ruth, die Ruth Achillier, dein Coach für mehr Lebensqualität. Ich möchte, dass du mal drüber sinnierst, was hast du für immer wiederkehrende Probleme? Im Sinne von, ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe eine gute Freundin, die muss alle zwei Jahre oder muss, darf die Schwiegermutter zu Weihnachten beherbergen, sie beschenken, kochen für die Familie. Alle zwei Jahre. Und immer in diesem Jahr, wenn sie dann dran ist, macht sie sich Gedanken von Mai, spätestens Juni an, wie sie der Schwiegermutter verklicken soll, dass sie diesen Stress von letzter Weihnachten der vergangenen Jahre nicht mehr haben will. Wie können wir uns ganz klar distanzieren, sagen, es ist wunderbar, ich freue mich auf Weihnachten, das und das und das und das sind meine Konditionen. Was hindert dich da dran oder mich? Ich bin da nicht ausgenommen. Sei dabei in unserer Gruppe, Kommunikation ist mehr als reden. Wir gehen da ein bisschen unseren Gedanken spielen nach, Gedanken, Dinge, die unangenehm sind, aber auch schöne Dinge. Wie kann es jetzt noch besser werden, dass es ist, indem du dich jetzt anmeldest. Hier unten drinnen ist der Blick. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.